Stell dir vor, du feierst ohne Ende, weil dein Team am Sonntag in die Bundesliga aufsteigt und am Montag musst du arbeiten. Schlimmer geht's nicht, aber Werder Bremen hat seinen Fans nun einen Ausweg angeboten. Auf dem Bremer Twitter-Account gab's für die feierbütigen Werderaner nun eine Vorlage, um sich krankschreiben zu lassen. Ernst gemeint war das natürlich leider nicht, aber trotzdem eine geile Idee von Werder Bremen, oder? Wenn du mal von mir einen Krankenschein brauchst, mach das Plus weg.